Eckermann ist bei uns im Sattel von Fort Lee. Fort Lee, fünftes Pferd in dieser Einlaufprüfung hier. Westfalen-Hengst, Sohn des Fort Plecher, mütterlicherseits auf Kominfo gezogen. Pferd kommt aus der Zucht von Ottmar Eckermann. Steht im Besitz von Ottmar Eckermann und den Ludger Baerbaumstabels. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fort Lee! Der sechsjährige westfälische For-Pleasure-Sohn hier bewertet heute Mittag mit einer 8,9. 650 quasi plus, ebenfalls Westfale, sechsjähriger Hengst von Quasimodo van de Molendreef abstammend. Mütterlicherseits Vielen Dank.